Ketzer-Podcast, hallo? Hallo, hier ist das Man-glaubt-es-nicht-team, der andere Ketzer-Podcast. Hey, hallo, ihr gottlosen Ketzer. Wie können wir euch helfen? Nein, das ist ein Scherzer. Ich bin's, Papa Franziskus. Oh, hallo, eure Bescheidenheit. Grüße an Harald Lesch. Wie können wir Ihnen helfen? Ich habe Ihnen wieder mal etwas ganz, ganz Wichtiges mitzuteilen. Dann schieß mal los, du alter Granatenpapst. Das hier ist Krieg. Jemand könnte denken, er spricht von Religionskrieg. Nein, alle Religionen wollen den Frieden. Den Krieg, den wollen die anderen. Verstanden? Herzlich willkommen zu Ketzer 2.0, dem Podcast für gottlose Gedanken zum Leben. Mein Name ist Matthias Krause. Ich bin heute nur verbunden mit Christian. Hallo, Christian. Hallo, hier. Also das NUR bezog sich jetzt nur darauf auf die Zahl, dass ich nur mit einem Mitketzer verbunden bin. Wir haben hier etwas Sommerloch und das allgemeine Ketzervereben. Das ist richtig. Wir müssen Blume hier wahrscheinlich recht geben, dass wir schwer am Pferden sind. Also das NUR war jetzt zahlenmäßig gemeint und nicht so, wie man es vielleicht gemeint wäre, wenn ich gesagt hätte, ich bin nur mit Harald Lesch verbunden. Hast du Angst, dass ich ausfallen werde? Also ich wurde schon kritisiert. Ach so, beim Segeln? Nein, vielleicht, aber es wurde schon bei YouTube kritisiert, dass meine Kommentare zu scharf und zu ausfallen sind. Dabei ist es doch normalerweise die Kommentatoren, die zu scharf und ausfallen sind und nicht der, der das Video hinstellt, oder? Aber als ob ich alleine einen Shitstorm machen würde. So komme ich mir vor. Also ich habe mich bisher immer über die Daumen-rauf-Bewertungen bei unseren YouTube-Videos gefreut. Aber nach dem Lash-Bashing ist mir klar geworden, wir wären eigentlich schlechte Ketzer, wenn wir immer nur Daumen hoch kriegen würden. Richtig. Ich habe übrigens überlegt, Christian, falls du beim Segeln verunglückst, was Gott sozusagen verhüten möge, dann müssen wir dich irgendwie channelen für die nächsten Podcasts. Ja. Dann muss ich dich dann irgendwie melden. Ja, das, äh, ich denke mal, ich spreche dann, ich spreche dann nochmal, ich melde mich dann nochmal, ich, ähm, ich vereinbare schon mein geheimes Zeichen hier, ich winke dann so. Oder wenn dann der Papst irgendwann mal im Fernsehen auftritt und dann spricht er plötzlich mit so einem komischen Akzent. Dann hast du ihn irgendwie in Besitz genommen. Ja, dann macht er einen Freundschaftsversprecher und sagt, hier ist der Ketzer-Podcast. Äh! Gut. Okay. Ja, wir haben heute verschiedene Themen. Ich weiß nicht, ob wir wirklich mit allem, äh, durchkommen. Ja, wir sind so viele Leute. In, äh, Schleswig-Holstein sollte ja ein, äh, die Verfassung geändert werden, dass endlich ein Gottesbezug reinkam, nachdem bisher keiner drin war. Das ist in die Hose gegangen, da können wir drüber sprechen. Es, äh, äh, gab verschiedene Beiträge von Michael Blume, die natürlich wieder, äh, Stahlvorlagen für Verspottung bieten. Und dann gab es unangenehm viele Beiträge in Zeitungen, was jetzt aber auch nicht unerwartet war, wo, ähm, quasi argumentiert wurde, man bräuchte mehr Religion, um religiösen Extremismus zu verhindern. Eine interessante Diskussionsgrundlage, der wir uns dann widmen wollen. Ähm, was haben wir noch für Themen? Ah ja, Dan Barkers Buch, äh, God, the most unpleasant character in all fiction. Äh, äh, eine Sammlung von mehreren tausend Bibelzitaten, die, äh, Dawkins' Behauptung, dass der Gott des Alten Testaments einer der unangenehmsten Charaktere aller erfundenen Geschichten sei, ähm, die dort, wie gesagt, Wort für Wort belegt werden, von Dan Barker, einem ehemaligen Prediger, der also weiß, wovon er spricht. Ja, hier, äh, Backlash, ähm, wir hatten ja, oder ich war beim letzten Mal ja nicht dabei, meine Kollegen hatten ja über Haraj Desch, äh, sag mal, ein Video von ihm kommentiert, in dem er die Frage, äh, existiert, äh, Gott aus wissenschaftlicher Sicht beantwortete, in dem er ein Foto vom Granatenpapst aus seinem Regal zog, die unsere, unsere Verhöhnung dieses, dieses didaktischen Ansatzes stieß im Internet auf, äh, erstaunlich wenig Verständnis, muss man sagen. Und, ähm, äh, mittlerweile haben wir aber noch mehr von Lesch ausgegraben und, ähm, von daher wollen wir uns dem Thema gerne nochmal, äh, widmen. Dann habe ich was vergessen an Themen, Christian? Ja, und das Übliche, ne, also, Erstaunenspruch, also, genau. Ich überlege, ob wir den Anruf und dieses Thema weniger Extremismus durch mehr Religion zusammennehmen, hörte sich aus meiner Sicht an. Ähm, ja, sollten wir zusammennehmen. Ja, also, dann können wir uns da gleich dem Papst, ähm, widmen. Den Papst, ja, also erstmal zum Kontext, weil die Sendung wird ja, ja, sie spielt vielleicht noch später veröffentlicht. Für die Lesch-Fans müssen wir ja etwas Kontext, äh, liefern. Richtig, ja. Lesch- und Papst-Fans, das wird ja starke Überschneidungen da geben. Ja, ja, auf alle Fälle, ähm, denn, ähm, wenn wir es auf YouTube veröffentlichen, hören es neuerdings auch nicht nur unsere, unsere Fans und vor allem das Datum bei den ganzen Anschlägen, die so passieren, weiß man gar nicht. Das Datum, was jetzt passiert ist, sind eine Reihe von Anschlägen, die zum, zum Teil islamistisch und zum Teil auch Einzeltäter, die einfach nur verrückt waren, waren. Also, ja, der kürzlich zurückliegende in Frankreich, da wurde während des Gottesdienstes, wurden es von zwei islamistischen Attentätern, äh, wurde eine Geiselnahme vorgenommen und dann der Priester, äh, die Kehle durchgeschnitten. Das war in, äh, Rouen, in der Normandie und, äh, das war natürlich, hat natürlich Frankreich getroffen, die zuvor noch einen Anschlag hatten, äh, in Nizza, wo ein Islamist mit einem Lastwagen durch eine Menschenmenge gepflügt ist und dann Hunderte verletzt hat und ich weiß gar nicht, wie viele jetzt gestorben sind, wie jetzt der aktuelle Stand ist. Ich glaube, irgendwo über 80 waren das. Und, äh, das hat natürlich dann die, ja, jeder, fast alle hat sich müßig gefühlt, das zu kommentieren und zu sagen, was ist da los, wie kann das passieren, wie kann man da am besten umgehen damit? Also, wenn ich hier kurz, wenn ich hier kurz einhaken darf, also was mich, aber gut, das ist jetzt halt meine, äh, Sichtverblüffte ist, dass offensichtlich für viele Kommentatoren jetzt, also, wir hatten jetzt gerade, was du sagtest, dieses Lastwagenattentat in Nizza, wo, ich weiß nicht, wie viele, aber wenn du sagst 80, also Dutzende von Leuten, äh, getötet wurden, ne? Und jetzt hier bei diesem Anschlag in der Kirche, da hattest du einen Toten und, ich glaube, eine, mindestens eine Person ist noch schwer verletzt worden. Also, wir müssen dazu sagen, ähm, in der Kirche befanden sich, glaube ich, nur sechs Teilnehmer bei dem, bei dem Gottesdienst. Der Priester, zwei Nonnen und, also, das war jetzt kein vollbesetzter Gottesdienst. Aber diese Tat scheint für viele noch dadurch eine irgendwie Verschlimmerung zu erhalten oder verschlimmert bewertet zu werden, dass jetzt ein Priester umgebracht wurde, was für mich völlig außen vor ist, ne? Also, für mich wäre jetzt ein Attentat, wo 80 Leute, von denen ich nicht weiß, welcher Religion sie angehören, schlimmer als ein, ähm, auch schlimmes Attentat und auch, äh, sagen wir mal, von mir aus bestialischeres, ähm, äh, Attentat, wo jetzt ein Mensch bei ums Leben kommt. Ob der Priester ist, ist mir eigentlich, ähm, egal. Ich glaube auch nicht, dass die, dass die, jetzt speziell die Katholiken da auf, auf das, ähm, ähm, äh, Korn nehmen. Also, mich verwunderte das praktisch, ähm, hier für, äh, Religiöse quasi so nach dem Motto, ja, jetzt hier 80 Leute überfahren mit dem Laster und das, okay, das, das mag ja noch angehen. Aber ein Priester, ähm, ähm, äh, abstechen, äh, das geht ja nun gar nicht. Das war mir halt da etwas aufgefallen, weil ich es von meiner Warte etwas, äh, ich meine, ich weiß, sonst ist es auch immer so, Flugzeug abgestürzt, keine Deutschen da drunter oder so. Ja. Man scheint da zu unterscheiden. Also, beim Abschlag in Nizza sind drei Deutsche gestorben und zwei verletzt worden. Ich bin gerade auf der Wikipedia-Einsatzseite. Insgesamt gab es 84 Tote, soweit man weiß bis jetzt. 303 Verletzte und die kommen aus, ähm, über 20 Ländern weltweit, die, die Verstorbenen und Verletzten. Also, das ist ein, ein Anschlag gewesen, der einfach, ja, man kann sich überlegen, das war eine, eine Feier, die haben das Feuerwerk anschauen wollen, viele Touristen dort und hat dann viele Leute getroffen. Das war, also, man kann natürlich sagen, ziellos. Das ist so, als ob man eine Bombe irgendwo explodieren lässt. Man weiß ja nicht, wen es erwischt. Aber, ich meine, im Gegensatz dazu muss man natürlich auch sagen, bei der Kirche war das eben halt auch ein Anschlag gezielt auf die katholische Kirche. Das muss man so sehen. Also, das war wirklich ein konkretes Ziel. Das ging um, man muss natürlich sagen, warum diese Kirche, es war jetzt nicht so eine Kirche, die, die einen großen Stellenwert hat, äh, wo ganz viele Gläubige drin waren. Was aber sicherlich auch dadurch zu erklären ist, dass die, äh, äh, Franzosen immer noch im Ausnahmezustand waren. Gerade nach den Anschlägen von Nizza wurde es ja verhängt, äh, verlängert. Und dann kann ich mir vorstellen, dass in den größeren Kirchen da bewaffnete, äh, Einsatzkräfte das Ganze bewaffnet. Das heißt, äh, das ging jetzt, war insofern dann einfach nur, ja, eine, eine Lösung. Aber für die Terroristen, das nicht zu viel kriegen. Aber ich denke mal, mit den Terroristen ging es, wie auch im Gottesdienst an sich, geht es um Symbolismus. Das heißt, im Gottesdienst wird etwas besonders Heiliges, etwas besonders Wichtiges dargestellt. Und genau das wollten die attackieren. Die wollten, normalerweise ist es ja bei den islamistischen Anschlägen so, dass man hinterher erstmal, gut, der IS bekennt sich zu einem Erdquemen auf den Philippinien. Äh, äh, das ist, äh, der IS bekennt sich zu allem Möglichen. Aber hier hat er ganz klar gemacht, hier, das soll ein Anschlag sein gegen das Abendland. Und das haben die damit klar gemacht. Und das ist auch angekommen. Ähm, und dass die dann besonders spezialisch und grausam gemacht sind, was jetzt, ich denke mal, in Syrien mit den Gefangenen, die werden dort auch so hingerichtet. Das ist jetzt sozusagen für die nichts Besonderes. Aber für uns, die, ist das sozusagen wieder neu. Denn wir hatten ja das, äh, mühsam abschaffen können, diese, diese grausamen Hinrichtungen mit dem Kopf abschneiden und so weiter. Das war in Europa ja auch eine ganze Zeit lang gang und gäbe, dass man so Leute abschlachtet, wie man es wörtlich zu sagen. Ich kann mir schon vorstellen, dass das zu Recht, gerade wenn es dann auch Kollegen erwischt in deinem Berufsstand und dass du dann quasi dann mitgenommen bist. Also, ich würde da jetzt nicht, äh, die Empathie bewerten wollen, dass es einen Unterschied macht. Aber, ähm, wenn man jetzt, und das können wir jetzt die Kurve zu kriegen, wenn Papst Franz sagt, alle Religionen wollen in Frieden. Und diese, sagen wir mal so, diese Gruppe, die sich religiös orientiert und deswegen islamischer Staat nennt, das ist ja ein Zeichen der religiösen Orientierung, der in Oberhaupt ein Priester ist. Oberhaupt ist ein Priester. Das zeigt ja, dass es hier um Religion geht. Und, äh, und, und dann zu sagen, alle Religionen wollen in Frieden und die wollen offensichtlich nicht in Frieden, indem sie jemand umbringen. Ja, was müssen die denn noch machen? Und damit man, damit man, ich will jetzt nicht sagen, dass das der gesamte Islam ist, sondern ich will sagen, dass diese Gruppe im Islam, diese religiös, ähm, diese religiös definierte Gruppe, wenn die jetzt sozusagen Krieg führt und Anschläge macht, dann will diese Religion und diese religiöse Gruppe keinen Krieg. Das ist so offensichtlich, dass es eigentlich nur einen Papst ignorieren kann. Naja, also, ich hatte jetzt, äh, gelesen, ein Interview mit den beiden überlebenden Nonnen und denen sagte der, oder, also, sie haben sich mit dem Täter oder den Tätern da unterhalten, ich glaube, nachdem sie den Priester, der war auch schon sehr alt, ich weiß nicht, also, der war schon sehr alt. 84. Da die Kehle durchgeschnitten hatten, sagten sie ihnen wohl noch so ganz, äh, erlöst, lächelnd, sie wollten eigentlich Frieden und haben sich halt darüber geärgert, hat das irgendwie der Westen oder Frankreich, ich weiß es nicht, da Syrien bombardiert. Ich würde mal vermuten, dass keiner sagt, ich will Krieg. Oder es mag sein, dass jemand sagt, wir müssen Ungläubige töten oder so. Aber, ähm, die, der Punkt ist halt, man hat irgendwelche Prioritäten und, ähm, um die durchzusetzen, greift man dann sozusagen der Zweck heilig die Mitte, ne? Und wenn du dann halt sehr, sehr, äh, interessiert an deinem, an deinem Ziel bist, dann, ähm, komm, irgendwann kommt eben, äh, irgendwann auch Gewalt dafür in Frage. Also, naja, ähm, aus meiner Sicht ist das Problem hier, äh, allgemein, wenn man, wenn man sagt, alle Religionen wollen Frieden. Das ist, das ist eine absurde Aussage, denn man kann ja gar nicht die Religion als solche festmachen. Ne, also das Christentum, da gibt's ja auch wieder, und der Papst müsste es ja eigentlich am besten wissen, wieder viele, viele, äh, Unterauslegungen, ähm, und, ähm, die auch, sagen wir mal, ein unterschiedliches Verhältnis zur, zur Gewalt haben. Beim Christentum gibt es ja so eine sehr große Bandbreite von, von totalen Pazifisten bis hin zu Leuten, ich sag mal, in der USA, die, die die Todesstrafe fordern oder auch mal, äh, Bomben, ähm, für, bei einer Abtreibungsklinik, äh, legen. Wobei, jetzt hier wieder Thema Frieden, die sehen das ja so, dass diese Abtreibungsärzte quasi berufsmäßige Mörder sind, ne, eben Fötenmörder, und, ähm, dann halten sie es halt für gerechtfertigt, da eine Bombe zu legen. Und dann gibt's ja hier noch irgendwo in Afrika The Lord's Resistance Army, also da gibt's ein breites Spektrum, und dann, ähm, einfach so pauschal zu sagen, alle Religionen wollen Frieden, das ist, das ist dummes Zeug, das scheint wieder so zu sein, Gott ist meiner Meinung, ich finde, Frieden ist gut, also muss Gott, selbst die Götter sozusagen der anderen Religionen, äh, müssen auch alle den Frieden wollen. So scheinen, das ist so die, diese, äh, dieses Level von Argumentation, wo man sagt, Hitler war Atheist, und die Logik dahinter scheint zu sein, ja, ich, äh, mal, ich, ich fand Hitler scheiße, ähm, Gott ist auch meiner Meinung, also muss irgendwie Hitler Atheist gewesen sein, ne, so scheinen, so scheinen Gläubige ja häufig zu argumentieren, das können wir übrigens nachher auch noch bei diesem Lesch herausarbeiten. Ja, nicht nur das, auch, äh, vor allem, weil in der Bibel ja auch verschiedene Stellen gibt, wo von, äh, vom Alten Testament bis zum Neuen Testament eben sozusagen der Krieg als das Ziel gesehen wird, also, äh, wo dann quasi gesagt hat, du musst die angreifen, und wenn du jetzt nicht alle umbringst, dann wirst du bestraft, dann wird dein Volk bestraft, oder das Ziel des Christentums ist Armageddon, das ist die endgültige Schlacht. Also jetzt zu sagen, dass das Christentum will den Krieg haben, denn am Schluss geht es darum, um den Krieg zwischen Gut und Böse, das Ziel des Christentums ist der Krieg, die Schlacht, die vielleicht von den Engeln ausgestragen wird, aber wo dann auch die Gläubigen vielleicht ein bisschen mithelfen können. Und wenn er das jetzt sagt, dass es nicht, äh, dass es alle Religionen in Frieden haben wollen, dann ignoriert er seine eigene. Also wir können hier auch, wir hatten ja verschiedene Kandidaten für den dummen Anruf, und, ähm, Papst sagt hier, also er ist dann sozusagen ausgewählt worden, äh, alle Religionen wollen in Frieden, aber jemand anders sagte, doch, ich will gerade gucken, wer es war, es sei dieser Kampf zwischen, äh, Gott und Satan, Christian, hier, also Andreas Laun sagt, äh, bei der Tat im französischen Saint-Étienne du Rouvray oder was, äh, bla, 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 da handelt es sich laut, äh, Laun, also Weihbischof Laun aus Österreich um ideologische Verblendung im Dienst des großen Kampfes zwischen Gott und Teufel und dem Teufel. So, also es gibt, Laun meint, es gibt einen, und der ist ja auch Katholik, meint, es gibt einen großen Kampf zwischen Gott und Teufel. Und offensichtlich geht, dauert dieser Kampf schon 2000 Jahre, 3000 Jahre. Und als ich das gelesen habe, habe ich mich wirklich gefragt, so, das geht jetzt so mindestens 2000, 3000 Jahre so, wann würde der Allmächtige denn sich jetzt mal bequem diesen Kampf endlich mal zu beenden? Ne, es trifft ja hier jetzt seine eigene Truppe sozusagen hier mit dem, mit dem Priester. Ne, oder, was natürlich auch sein könnte, der, der Gott ist Allah und der, der, der Christengott ist der Satan. Ich, dann würde es ja da zumindest passen, ne, dann würde das ja jetzt quasi voranschreiten. Ne, so könnte man das ja auch sehen, wenn der IS jetzt hier, wenn dem jetzt große Erfolge bescheiden sind, vielleicht ist Allah dann ja der richtige Gott. Ne? Also, nicht, dass ich das glauben würde, aber wenn man sich so einer religiösen Logik irgendwie hingibt, müsste man ja quasi mal darüber nachdenken. Es ist wieder ein Beispiel dafür, dass sie sagen was und es ist ja eigentlich nicht wichtig, ob die Sachen, die sie sagen, richtig sind oder falsch, sondern es gibt dann auch seinen spontanen Intus. Das wird auch nie jemand irgendwas richtig stellen oder klarstellen, sondern dann wird immer noch eins drüber gepackt und verschiedene Schichten an Bullshit einfach präsentiert. Und das Ganze ist dann quasi schon dann die geistige Archäologie der katholischen Kirche oder egal welcher, die einfach nur aus verschiedenen Lagen von Bullshit geben, die entsprechend über Jahre gepresst worden sind und dann irgendwann wieder hervorgeholt werden. Die Frage, was mich halt ärgert, ist, dass Papst Franzl eben als großes Vorbild gezeigt wird, wenn er sagt, alle Religionen wollen den Frieden und er redet dann, sobald der Mikrofon unter die Nase gehalten wird, dann redet der nur ein Bullshit nach dem anderen und die armen Katholiken, der Klerus schlägt sich die Hände im Kopf zusammen. Was hat er jetzt schon wieder gesagt? Atheisten kommen in den Himmel. Hat er das wirklich gesagt? Ja, hat er gesagt. Ja, aber das ist nicht so gemein und so weiter. Und lauter so Kram. Und dann denken sie alle, oh, das ist der super duper Papst. Aber er macht nichts. Er redet nur. Es passiert nichts in seiner Kirche. Da wird nicht reformiert. Da werden immer noch weiter vertuscht. Da gibt es immer noch Missbrauchsfälle. Immer noch Schwarzgeld auf der Wadipan. Er gibt immer schöne Interviews. Aber jetzt könnte man sagen, entweder ist er dumm oder besonders schlau. Das könnte man so oder so sehen. Er ist ja Jesuit. Aber er ist eigentlich dann auch der richtige Papst fürs Twitter-Zeitalter. Immer mal noch einen dummen Satz raushauen. Ein sozialer Papst sozusagen. Ein sozialen Mediapapst. Das passt schon. Aber du wolltest was anderes sagen. Katholische Sozialmedialehre. Also ich hatte mehrfach gesehen, dass diese eigentlich ja völlig belanglose Äußerung vom Papst jetzt wirklich durch alle Schlachtzeilen geisterte. Und ich hatte den Eindruck, der Kern, worauf er hinaus wollte, war hier wieder, oh, es ist nicht die Schuld der Religion. Also es kamen so ein paar Sätze vorher nach dem Motto, ja, komplexe Ursachen, so ein Krieg. Also diese bei Religiösen immer besonders beliebte Argumentation. So ein Krieg hat eine große Zahl komplexer Ursachen. Also alles ist irgendwie dran schuld. Nur die Religion, die ist garantiert nicht dran schuld. Aber das praktisch dieses Vorgeplänkel nur dazu diente, dass er dann nachher wieder sagen konnte, oh, alle Religionen wollen Frieden. Das ist kein Religionskrieg. Also wenn man hier Morde, Terror und wirklich Krieg im wörtlichen Sinne im Namen von Allah nicht oder im Namen von Islam nicht als Religionskrieg ansieht, was dann? Gut, es mag noch andere Gründe geben, die da reinspielen. Aber irgendwo wird es dann absurd, wenn man da die Augen vor verschießt. Das scheint übrigens auch immer deutlicher zu werden. Also mein Eindruck ist, dass viele es dann eben auch nicht mehr hören kann. Gut, da sind dann teilweise wieder die, die mir etwas islamophob vorkommen. Also das hat nichts mit dem Islam zu tun. Hoffentlich führt es dann dazu, dass irgendwann die Leute das mal differenziert betrachten. Sicher kann man jetzt nicht pauschal die Religion bei solchen Sachen als einzige Ursache sehen. Oder man müsste zumindest vorsichtig sein. Man müsste dann von Fall zu Fall schauen. Aber in solchen Fällen, wo quasi noch mit Allahu Akbar rufen, die Selbstmordweste da gezündet wird oder die Leute erschossen, da jetzt zu sagen, das hat nichts mit der Religion zu tun, das finde ich wirklich absurd. Und ich glaube, da steckt wirklich diese religiöse Denke hinter. Es kann nicht sein, was nicht sein darf, diese Logik. Ja. Andererseits möchte ich noch zwei Sachen sagen. Erstens so mit Allahu Akbar rufen. Das ist für uns, klingt das immer so schrecklich, schrecklich muslimisch. Aber das sicherlich sagt das, dass die aus einem muslimischen Kreis kommen. Aber so wie wir Himmel-Herrgott sagen oder sowas... Achso, du meinst so ein bayerischer Selbstmordattentäter, der dann Grüß Gott ruft und sich dann in die Luft sprengt. Ja, Kruzifix. Das sagt er dann auch nicht. Das ist dann auch nicht so gemeint, wenn ich mal rufe, Kruzifix, Herrgott-Sakrament. Dann heißt das ja nicht, dass das jetzt ein Gebet war, wenn er dann einflickt. Das heißt, da muss man schon vorsichtig sein, weil wenn man sich so Kriegsszenen anschaut, aus Syrien zum Beispiel, dann rufen alle Allahu Akbar. Und das heißt, es ist kein Ausdruck besonderer, sozusagen besonderer Religiosität im Sinne von dem, dass es über den Durchschnitt hinausgeht, weil das alle sagen... Das ist so wie bei der Wehrmacht, Gott mit uns auf dem Koppel. Das hat man da halt so drauf. Ja, das gehört dazu. Man muss natürlich sehen, dass das religiöse Niveau, das heißt die Religiosität bei denen viel höher ist. Also die fangen alle bei fünf Admiral an, während bei uns kaum einen gibt, der fünf Admiral hat, alte Religiositätsstalle. Bei uns haben die meisten drei. Und die sind zwischen fünf bis acht, so im Durchschnitt. Und die sind viel religiöser. Das kann man aber nicht an diesem einen Spruch festmachen. Das andere ist, die Religionen, was Religionen wollen, gibt es sowieso nicht. Wenn, dann gibt es ja religiöse, die was wollen. Das heißt, man muss nicht sagen, man kann nicht sagen, alle religiöse wollen den Frieden. Und jetzt muss man erst mal sich überlegen, okay, was heißt, wenn eine Religion irgendwas will, gerade wenn es so eine widersprüchliche Religion ist, wie alle. Alle Religionen sind widersprüchlich. Das hat auch einen Grund. Sonst würden die aussterben, weil es zu banal ist. Und die haben auch in dem Sinne kein Wollen. Man könnte höchstens, wenn man sauber formuliert, okay, Menschen, die besonders religiös geprägt sind, wollen den Frieden. Oder die religiöse Vorstellungen verfolgen oder ihr Handeln religiös begründen. Die wollen den Frieden. Und das ist offensichtlich falsch. Deswegen sagt er es auch nicht. Sondern es ist wieder so eine Formulierung, die quasi in der Rechenschaftspflicht enthebt, weil eigentlich an sich schon unsinnig ist. Wenn Religion einen Frieden will, weil Religion keinen Willen haben kann, sondern das geht ja erst durch den Gläubigen. Und wir sehen es ja, das Christentum wird immer uninterpretiert. Genauso Islam. Mal hier, mal dort, mal wird das wichtig geachtet. Mal das. Das ist immer eine Frage der, eigentlich der Person. Man muss es auf die Person beziehen. Das Blöde ist halt das, ja. Der Spruch, alle Religionen wollen Frieden. Wenn du das jetzt auf die Personen beziehst, dann wird ja auch schon wieder klar, wie banal das eigentlich ist. Denn die meisten Menschen wollen auch Frieden, würde ich mal behaupten. Unabhängig davon, welcher Religion sie jetzt angehören. Weil Frieden einfach eine angenehme Sache ist. Das würde ich nicht sagen. Das ist eine Altersfrage. Denn wenn du mal den Ersten Weltkrieg anschaust, wie viele Leute da mit Begeisterung da sich freiwillig gemeldet haben, um nochmal so einen tollen Krieg zu haben wie den letzten, also gerade in Deutschland, dann kann man nicht davon sagen, dass die alle besonders friedwärtig waren. Natürlich habe ich jetzt mit allen nicht 100 Prozent gemeint, sonst gäbe es ja keinen Krieg. Ja, aber es gibt auch belizistische Perioden, wo alle zu den Waffen rennen und sagen, ja, jetzt geben wir es denen und jetzt lehnen wir uns auf. Und dann kann man nicht davon sagen, dass noch nicht mal die Mehrheit das wollen, sondern es gibt auch, das sind auch Modeerscheinungen, die dann stattfinden. Und insofern ist das sicherlich komplizierter. Da muss man natürlich den Leuten recht geben, die sagen, es ist immer komplizierter als man denkt. Aber einfach jetzt mal, warum sollte Religion unschuldig sein? Nein, ich würde es nicht sagen. Im Gegenteil, weil ich reformuliere die Aussage, alle Religionen wollen Frieden, scheint mir relativ deckungsgleich zu sein mit alle Menschen wollen Frieden. Genauso wie jetzt halt man nicht pauschal sagen kann, für alle Religionen wollen Frieden kann man es nicht für alle Menschen sein. Mir geht es darum zu zeigen, dass wenn es diesen hoffentlich überwiegenden Friedenswunsch gibt, nach meinem Empfinden er einfach am Menschsein ansetzt, an den Menschen und nicht sich aus einer speziellen Religion speist. Ja, damit kann ich leben. Gut, danke. Bitte. Ich will mich ja hier nicht so fühlen wie in so einem Lesch. Wieso? Ich meine, ich glaube, Lesch wird da auch in Watte gepackt irgendwo, ne? Bis jetzt. Du, ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass du mich ja argumentativ in Watte packst hiermit. Nein, nein, nein. Wenn ich mal so ein bisschen pauschaliere. Ja, wir müssen schon genau sein. Das wird alles hier genau rezensiert dann hinterher. Gut, wir können ja vielleicht mal das Thema noch weiter treiben. Und zwar war mir, gut, es war jetzt nicht wirklich unerwartet, weil Religiöse ja immer alle Probleme mit der Lösung beantworten, wir brauchen mehr Religion. Also es war auch hier nur eine Frage der Zeit, bis Artikel kommen würden, dass religiöser Extremismus und Fanatismus durch mehr Religion irgendwie bekämpft werden soll. Und da waren also einige Artikel, in der FAZ habe ich einen gesehen, nach Anschlägen, es braucht mehr Religion, um Extremismus zu bekämpfen. In der Welt gab es was in der Hinsicht. Dann forderte jemand, das hatte ich im IDEA-Spektrum oder bei IDEA gelesen, man bräuchte religiöse Sozialarbeiter, um, ich glaube, also es wurde nicht so deutlich gesagt, aber ich glaube, er meinte christliche Sozialarbeiter, damit diese schlimmen Muslime, die jetzt hier ins Land kommen, dann alle so eine Friedensreligion kriegen. Möglicherweise würden die sich ja auch auf friedliche muslimische Sozialarbeiter runterhandeln lassen. Aber ich glaube, die Stoßrichtung war doch schon ganz klar, es muss eine wahre Religion des Friedens sein und deswegen seien also christliche Sozialarbeiter angesagt. Und jetzt habe ich gesehen, es gibt doch hier diesen, ich glaube, das ist so ein Prof, ne? Islam-Prof, Muranat Korshide, oder? Ich meine, das war so ein Islam-Prof. Der meint auch Religion als Schutz vor dem Terror. Ist das nicht der Nachfolger von dem Kalisch, den sie da geschasst haben? Ja, ich blicke da momentan nicht so durch. Aber ich meine auch, es sei so jemand, der hier für islamische Theologenausbildung zuständig sei. Aus meiner Sicht ist ja das Problem, ist es so, in dem Moment, wo du ernsthaft meinst, es sei eine schlaue Idee, dein Leben an tausende Jahren alten Büchern auszurichten, bist du Teil des Problems und nicht Teil der Lösung. Weil diese Grundidee, selbst wenn wir jetzt, sagen wir mal, uns nur dieses Nächstenliegebot aus der Bibel zitieren würden oder aus dem Koran irgendwas, was in die Richtung geht, Gott ist die Barmherzigkeit oder so, ich weiß nicht genau, was da drinsteht, aber ich glaube, wenn das nicht mal dieser Korshide war, der so ein Buch geschrieben hat, die Grundidee ist schon völlig verfehlt, irgendein altes Buch zu nehmen aus vordemokratischer Zeit, wohlgemerkt, vor den Menschenrechten, vor der Demokratie, vor der Gleichberechtigung von Frauen, vor der Abschaffung der Sklaverei und daraus irgendwelche, also zu glauben, dass sich daraus irgendwas Brauchbares für das Leben ableiten ließe oder sagen wir mal, dass das die oberste Richtlinie sein müsste. Das ist schon eine scheiß Idee und da wird die Tür zum religiösen Fanatismus erst recht geöffnet. Und das Zweite ist dann eben die Vorstellung zu haben, dass ich diese alten Bücher jetzt genau auf eine richtige Weise auslegen ließe, die dann auch allen klar sind, wo sich quasi alle einig sein müssten, das sei die richtige Auslegung. Dann bist du auch Teil des Problems und nicht Teil der Lösung. Der Mohamed Karoukhide ist natürlich Lobbyist, denn er bildet Islamlehrer für Schulen aus, wird auch von uns bezahlt, von uns Bürgern. Und deswegen hat er Interesse daran, dass sozusagen noch mehr Religionsunterricht gemacht wird, dass das weiter ausgeweitet wird, weil er möchte ja natürlich, dass seine Schützlinge einen Job kriegen. Das ist, wenn man mal die kapitalistische Sicht sehen würde, warum das interessant ist. Aber es gibt natürlich noch eine andere Sicht und zwar, es ist ja hier quasi, es läuft das Sozialexperiment in Deutschland, dass wir so einen Euro-Islam schaffen, so einen guten Islam. Und dieser Islam ist auf der einen Seite, es fängt schon damit an, dass es keinen getrennten Religionsunterricht gibt für die verschiedenen Strömungen im Islam, also Sunniten, Al-Madia, Schiismus, Schiiten, werden alle zusammen in einen Religionsunterricht eingestellt. Das ist so wie Katholiken, Protestanten, Zeugen Jehovas, Mormonen, alle zusammen, griechisch-orthodoxe, in einen Religionsunterricht. Und das Zweite ist, was dann gelehrt wird, und das sieht man auch aus der Publikationsliste von dem. Zum Beispiel hat er 2015 Buch geschrieben, Gott glaubt an den Menschen mit dem Islam zu einem neuen Humanismus. 2014, Islam ist Barmherzigkeit, Grundstück einer modernen Religion. Streit um Jesus. Das war das, was ich vorhin meinte, Islam ist Barmherzigkeit. Ja, Streit um Jesus, muslimische und christliche Annäherung. Es geht eben um so ein Wischiwaschi-Islam, der quasi modern-tauglich ist, dass sie quasi so einen Islam kriegen, wo die Kinder nach Hause gehen und sagen, hier, ich lerne beten und so weiter. Ja, wunderbar. Aber so eine Impfung, so eine Islam-Impfung ist das eher. Anstatt quasi, dass sie dann, wenn wir zum Imam gehen und der sagt dann hier, ah, aber Islam ist Dschihad und Dschihad ist, du musst dich in die Luft sprengen wegen Trauben oder sowas. Irgendwas war da. Und dann sagt er, nein, nein, ich habe aber beim Lehrer gelernt, hier, Islam ist Frieden und ich mache das nicht, weil es ist ja alles dasselbe. Wir glauben alles das Gleiche und so weiter. Und die sind dann geimpft und werden dann nicht mehr aufgehetzt von diesen bösen anderen Gläubigern. Und das ist, ich denke mal, das ist die Denke, die dahinter steckt. Weil zu einer guten Argumentation gehört ja auch die Gegenposition so zu modellieren, dass sie das nicht als Strom sehen. Und das ist sozusagen die Motivation, dass wir in Deutschland dieses Experiment durchziehen. Wir machen eine neue Religion, die gesellschaftlich verträglich ist, aber immer noch so islamisch ist, islamisch motiviert ist. Und deswegen werden solche Leute dann berufen als Professuren zur Ausbildung und die sollen dann so Lehrer ausbilden, die eben das dann in den Schulen weitergeben. Und dann ist die Hoffnung, dass denn da staatlich, dass diese staatlich erzeugte Religion, muss man sich vorstellen, der Staat investiert hier Geld, um eine Religionsabteilung aufzubauen, die gesellschaftlich verträglich ist. Was mir da auffällt als erstes, ist eine ungeheure Bevormundung einer gesamten Bevölkerungsgruppe. Das ist in dem Sinne eigentlich noch rassistischer als alle Islamophoben zusammen, weil die sagen nämlich nichts anderes als die Leute, die hier als Muslime nach Deutschland kommen, die kriegen ihr Zeug nicht gebacken. Wir müssen denen schon mal erklären, wie eine Religion aussieht, die gesellschaftlich verträglich ist. Das wird staatlich organisiert, finanziert und durchgeführt. Eigentlich müssten die Islamverbände aufheulen vor so viel Bevormundung, dass sie vom Staat sich sagen lassen, wie ihre Religion auszusehen. Man stelle sich vor, die katholische Kirche, wenn nur noch Leute, Theologen eingestellt, die abtreibungsfreundlich sind, die eben halt auch mit Geschiedenen umgehen können und auch nicht mal frauenfeindlich sind, und der Staat würde das sozusagen einen neuen Katholizismus schaffen, der gesellschaftlich verträglicher ist. Was das für einen Aufschrei gäbe. Aber das Glück, was halt die Deutschen, was halt hier auch ist, ist, dass die Islamverbände eigentlich relativ schwach sind und zersplittert sind. Denn das ist halt so, der Islam ist zersplittert und die bekämpfen sich seit Jahrhunderten bis aufs Blut, die Sunniten und die Schiiten. Und man kann eigentlich den islamischen Staat auch als sunnitische Kampfgruppe gegen den Schiismus sehen. Und gar nicht mal so als islamistische Terrororganisation, sondern als sunnitische Terrororganisation. Das, was viel mehr Sinn macht, dass nämlich, es heißt immer hier, die meisten Toten sind ja Muslime, die meisten Attentatsopfer. Wer das sagt, könnte genauso gut sagen, dass im Nordirland-Konflikt ja nur die Christen gestorben sind, dass es die größte Christenverfolgung aller Welt gewesen ist. Dabei haben die Katholiken, die Protestanten, die Protestanten die Katholiken umgebracht. Wenn man jetzt so einen großen Filter andeckt, dann sieht man das gar nicht mehr. Und ja, wir sind gespannt, wie das Experiment ausgeht. Hier wird also aufgerufen, noch mehr Leute sozusagen gegen einen radikalen Staat mit einem Euro-Islam zu impfen. Wir werden es, ich meine, wir wurden jetzt nicht gefragt, ob das ein gutes Experiment ist. Es ist offensichtlich undenkbar, den einen Schritt weiterzugehen, anstatt in irgendeinen Quatsch zu erzählen und eine gesellschaftlich vertretene Religion staatlich subventioniert aufzubauen. Einfach mal, es mal mit, wie in der DDR, mit Atheismus zu versuchen. Soweit ich weiß, gab es keine Religionskonflikte in der DDR. Soll doch auch super funktioniert haben. Also es wird doch ständig beklagt, auch jetzt noch irgendwie 30 Jahre später, wie viel, 90, ja, 25 Jahre später, dass die DDR die Religion so gut vertrieben hat. Ja, das wäre die Chance jetzt den Islam zu eliminieren, wenn das so super funktioniert. Und sie muss noch nicht mehr große, also zumindest keine religiösen Repressionen machen. Sicherlich haben die, die DDR war ein schrecklicher Unrechtsstaat, der die Leute aus politischen Gründen eingesperrt hat, der die völlig willkürlich war. Ich will ihn nicht verteidigen. Darum geht es mir eigentlich. Warum kann man nicht einfach einen gemeinsamen Unterricht machen, der Religionenunterricht heißt oder meinetwegen Ethik und Philosophie? Und dann steckt man alle Kinder rein, anstatt die zu trennen und zu sagen, hier, du bist Katholik, du bist Protestant und du bist, ich meine, das Einzige, was für diesen Ansatz spricht und das sozusagen ist, dass Kinder alles, was in der Schule lernen, für Quatsch halten und auch für langweilig. Wenn man also den Islam in der Schule beibringt, dann ist das negative Pädagogik, dann ist das so langweilig, dass wir nachher keine Lust haben, mich damit zu beschäftigen. Deswegen habe ich mich ja auch aus dem Rallye-Unterricht abgemeldet. Bei dir hat es funktioniert, ja. Man könnte von einer atheistischen Weltverschwörung reden, dass wir die Theologen in Deutschland ausbilden lassen, dass alle Leute das Interesse an Kirche und Islam dann verlieren. Also ich stelle mir gerade so vor, wie dann die Auswahl bei den islamischen Religionsheerern ist. Man muss dann darauf achten, dass die besonders einschläfern sprechen. Ich würde sagen, dann kriegen sie noch mal so ein Coaching von Harald Lesch. So ein didaktisches Coaching. Wichtig ist Wischiwaschi. Und das ist das, also diese völlige Konturlosigkeit. Die dürfen auch keinen klaren Schatten an die Wand werfen, wenn die Sonne auf sie scheint. Ich habe überlegt, ob das so funktionieren kann. Ich hatte ja auch insgeheim gedacht, und du hast es dann auch ausgesprochen, also man könnte ja durchaus die These aufstellen, dass dieses Staatskirchentum die Religiosität wirklich zum Erliegen bringt. Also wenn man sich anschaut, England, die skandinavischen Länder, also da sind ja Länder mit Staatskirchen. Auch Deutschland hier mit Religionsunterricht und so weiter. Und dann im umgekehrten Fall beispielsweise die USA, die ja eben doch verglichen mit Deutschland eine sehr gute Trennung von Staat und Kirche haben, zumindest im Prinzip, aber wenn es dann darauf ankommt, letztlich auch, also man muss dann oft bis zum obersten Gerichtshof gehen, aber dann auch in der Praxis. Und da sind die ganzen religiösen Crazies froh und munter. Da habe ich eine Erklärung dafür. Also das ist ja auch der Sieg des Kapitalismus über den Kommunismus. Wenn du eine Staatsreligion hast und du hast quasi eine staatlich verbreitete Religion, dann sorgt das dafür, dass du innerhalb dieses Funktionärsgilde dann quasi überhaupt keine Marktfähigkeit mehr hast. Also wir haben quasi hier religiöse Planwirtschaft und so eine Art katholisches und evangelisches Politbüro. Und deswegen ist das auch so scheiße. Und das heißt, die werden mit Geld so zugeschissen, dass bei uns, dass die nicht mehr in der Lage sind, ein marktfähiges Produkt anzubieten. Und wenn jeder die Religion haben will, dann kriegt das bei den Zwangsdienstleistern. Der religiöse Trabi kommt dann da mal raus. Ja, eben. Das ist ein religiöser Trabi. Während auf den sozusagen, wie Brasilien, wo es gerade boomt, wie blöd. In Frankreich, wo die radikalen Moscheen auch boomen. Oder in den USA, wo alle möglichen Leute dann diese großen Kirchen haben, Mega-Churches und so weiter. Da ist da Marktwirtschaft und der bessere Verkäufer kommt da durch. Der bessere setzt sich durch. Du hast immer bessere, ausgefeilte Techniken, um die Leute übers Ort zu hauen. Und deswegen funktioniert es da besser, weil Kapitalismus eben auch hier bei Religionen einfach leistungsfähiger ist als Kommunismus. Was natürlich für uns blöd ist, weil wir müssen eigentlich sagen, Hurra, das ist ein Glück, dass das staatlich organisiert wird. Also, sag mal, für die Kohle, die der Staat an die Kirchen abplatzt, ist aber auch dieses positive Abgewinnen so das Mindeste, was wir eigentlich erwarten können. Ich muss gerade an diesen Herren denken da aus diesem Monty-Python-Film, diesem sehr dicken Menschen, der in das Restaurant geht und der dann nachher das letzte Pfefferminzblättchen bekommt. So stelle ich mir jetzt so die Staatsleistung vor oder jetzt noch den Gottesbezug in der schleswig-holsteinischen Verfassung. Und der ist dann so das Pfefferminzblättchen, das die Kirche zum Platzen bringt. Also, der Punkt, den ich mit den Staatskirchen machen wollte, war nur, das mag jetzt bei den Kirchen so funktioniert haben, weil die eben früher Staatskirchen waren. Also, wir hatten ja früher praktisch diese katholischen Gegenden und die evangelischen Gegenden, weil ja eine Zeit lang dieses Prinzip galt, dass die Bevölkerung einfach die Religion des Herrschers angenommen hat, damit man sich nicht die Köpfe da einschlagen musste. Und das wird ja beim Islam gar nicht gehen, weil der eben so, sag mal, der ist nicht, der war nie in Deutschland etabliert als Staatskirche und der ist sehr zerklüftet. Das ist ja ein klassisches, sag mal, Herrschaftsinstrument, dass du verschiedene Gruppen sich quasi untereinander konkurrieren lässt. Und in dem Moment, wo jetzt bestimmte religiöse Gruppen oder islamische Gruppen sozusagen hier mit dem Staat so einen Handel eingehen oder sich darauf einlassen, bieten die, denke ich, wieder einen sehr guten Angriffspunkt für die anderen, die sagen, wir wollen uns da nicht korrumpieren lassen. Und damit meine ich jetzt noch nicht mal, dass die anderen jetzt, sag mal, islamistisch oder gewaltbereit sein müssten. Ich erinnere mich daran, dass nach der Wende ja die östlichen evangelischen Landeskirchen gegen diesen Militärseelsorgevertrag waren, wo ja staatlich Bezahlte, also da sind dann ja Militärpfarrer, die sind ins Militär eingebunden, werden vom Staat bezahlt und sind auch Beamte. Und das war den östlichen Landeskirchen damals eine zu starke Verquickung von Staat und Kirche, was ja jetzt auch an sich nicht anstößig ist. Das ist ja eine Haltung, die man haben kann. Und genauso, meine ich, könnten die islamische Gruppen oder muslimische Gruppen könnten zu Recht sagen, wir wollen uns hier nicht so mit dem Staat ein, nachdem der Staat ja vorher groß angekündigt hat, dass er die ganze Sache so verwischiwaschi verwässern will. Und da hätte ich doch Zweifel, dass das so aufgeht, wie sich viele Leute, die das fordern, sicher ehrlich glauben. Also ich denke, als Religiöser glaubst du schon, ja, der Staat sorgt dafür, dass hier so die Vernünftigen, die richtige Auslegung der Friedensreligion propagiert wird. Und dann halten wir die damit im Zaum. Ich glaube schon, dass religiöse Menschen das so sehen. Aber eben, wie gesagt, die Idee, dass man sich nach so alten Schriften richten muss, ist aus meiner Sicht im Prinzip schon ein Grundfehler. Und alles andere ist dann nur Feintuning innerhalb der Falschheit. Ich finde, das ist insofern ziemlich menschenverachtend, dass man sagt, die Masse der Menschen muss an irgendwas glauben, irgendwas Abstruses. Ohne das können die nicht, würden sie sich die Köpfe einschlagen. Das ist so menschenverachtend, weil man sagt, okay, die müssen schon eine Religion haben. Und dann lassen wir sie doch an die Religion glauben. Dass man so von oben herab sagt, okay, wir trichtern denen jetzt das in den Kopf ein und die kommen ja sowieso nicht zu Verstand. Das mag natürlich vielleicht gar nicht so weit hergehöhlt haben. Wir werden ja nachher noch über Harald Lesch reden, was er so glaubt. Aber es ist halt ein Menschenbild, das hier gezeigt wird, dass dieser paternalistische Staat ist, der jetzt nicht nur darum geht, dass die Leute sich am Stück Papier schneiden könnten und deswegen in Zukunft nur noch runde Ecken haben die Bücher. Das ist nur ein Gerücht, das ich verbreitet habe. Oder anders gesagt, was für stimmt, in Deutschland darf man keinen Kugelfisch essen, weil es ja möglicherweise bei falscher Zubereitung giftig ist. Der kümmert sich um alles, um jeden Scheiß, der Staat. Und da muss er halt auch schauen, wer den Kindern in den Kopf scheißt. Das ist dann auch wichtig, um welche Scheiße die dann lernen, weil man davon ausgeht, dass die hinterher das nie wieder rauskriegen. Also ich denke, was du gerade gesagt hast, diese Vorstellung nach dem Motto, wenn wir die Religion vertreiben, dann entsteht so ein Vakuum und da darf jetzt bloß nicht der schlimme Islam rein. Also dann lieber Christentum reinpumpen in die Köpfe. Ich glaube, was die Leute jetzt wieder aus ihrer religiösen Perspektive nicht erkennen ist, die Leute, natürlich jeder hat irgendwie ein Weltbild. Also jeder hat irgendwie bestimmte Annahmen, wie die Welt funktioniert. Aber du kannst genauso gut ein areligiöses Weltbild haben, also ein naturalistisches Weltbild. Und da entsteht dann kein Vakuum, weil da jetzt diese religiöse Perspektive weg ist. Ja. Das ist halt immer so, wenn du denkst, da ist was reell, was nicht da ist, dann glaubst du halt auch immer, das Vakuum wahrzunehmen, wenn jemand das nach Occams Rasierklinge quasi weglässt. Und es ist halt so, dass unsere Politiker eben sich nicht vorstellen können, dass die Bevölkerung atheistisch ist, obwohl es gerade passiert. Und das ist auch wieder, wir brauchen eine neue Generation von Politikern und die kriegen wir erst, wenn wir über einen magischen Schwellwert hinaus sind. Also momentan sind wir ja schon über ein Drittel allreligiöse. Und das bringt natürlich auch mit sich, dass allreligiöse auch besonders apathisch sind in solchen politischen Sachen. Aber wenn jetzt die Katholiken und Protestanten und die Muslime zusammen höchstens 50 Prozent der Bevölkerung quillen und sie in der Minderheit sind, dann könnte ich mir vorstellen, dass dann wir dann auch Politiker sehen, die in der Öffentlichkeit auftreten und sagen, ja, ich glaube nicht, und das ist gut so. Hatte ich jetzt eigentlich auch bis eben gedacht, bis du angesetzt hast, aber das ist jetzt nicht deine Schuld. Ich hatte jetzt, es war ja vor einer Zeit oder vor ein paar Wochen, die aktuellen Kirchenaustrittszahlen verkündet worden. Und ich hatte dann mal runtergerechnet, wann diese 50-Prozentschwelle durchbrochen wird, also quasi der Nigel-Barber-Break-Even. Und das ist also in zehn Jahren oder früher. Also es ist nicht mehr lange her. Aber dann, während du sprachst, fiel mir dann aber ein, wenn ich schaue, wie einflussreich, hoffe ich sage jetzt nichts Falsches, in den USA die jüdische Lobby ist. Also das ist jetzt nicht negativ gemeint. Aber ich sage mal, die sind eben, das wissen die ja auch selber und sagen die auch selber, die sind halt sehr effektiv. Die verstehen es, ihren Anliegen Gehör zu verschaffen. Oder auch, ich sage mal, in den USA ist ja sozusagen auch das Land der Lobby ist, genauso mit den Katholiken. Da gibt es doch hier diesen Bill Donoghue von der Catholic League und so weiter. Und die Katholiken sind ja in den USA auch nur eine Minderheit. Also die meisten sind da ja Protestanten oder Baptisten oder sowas. Das lässt mich jetzt etwas skeptischer werden, ob sozusagen die 50-Prozent-Marke alleine schon reicht, was ich bisher immer gedacht habe. Denn wenn ich schaue, wie effektiv noch kleinere Gruppen sein können, dann ist es wahrscheinlich doch letztlich ausschlaggebend, wie laut man krakeelt oder wie effektiv man sich Gehör verschlaft. Und ja, Atheisten, also mein Ziel ist ja eigentlich auch, dass die Leute sich gar nicht mehr, gar keine Zeit mehr verschwenden mit den Gedanken an Gott und Religion, weil das irrelevant ist. Es ist nicht existent und irrelevant. Das Problem ist aber natürlich, dass die Leute dann eben auch nicht aktiv sind, oder dass es sehr schwer wird, denen deutlich zu machen, hier werden eure Rechte beschnitten durch religiöse. Sei es das Tanzverbot, seien es Einschränkungen, wenn du bei der Kirchenorganisation arbeitest oder in anderer Hinsicht. Von daher sicher, also ich denke, wenn die 50-Prozent-Marke unterschritten wird, dann lassen wir auch mal einen Sektkotten knallen hier, wir Ketzer. Aber wir müssen wahrscheinlich damit rechnen, dass die Politik trotzdem von diesen lauten Interessen, das ist ja das Problem, dass die Kirchen sozusagen, oder ich würde noch nicht mehr sagen bei den Kirchen, also das Problem ist, dass Fanatiker eben sozusagen aufgrund ihres Fanatismus immer sehr aktiv sind und engagiert. Die opfern wirklich ihr gesamtes Leben und ihre gesamten Finanzen ihren Kurs sozusagen, also ihrer Sache. Während normale Menschen, für die das so ein Thema unter vielen ist, sich eben nicht so engagieren. Und dadurch haben sozusagen die normalen Menschen grundsätzlich einen Nachteil gegenüber Fanatikern. Also selbst wenn die Fanatiker sich friedlich verhalten. Ja, ich meine, das ist richtig. Aber in den USA sind zwei Drittel der Bevölkerung sind protestantisch oder katholisch. Das ist so ungefähr das, was wir in Deutschland auch haben. Und dann haben die ja noch einen größeren Anteil von Juden etc. Aber das ist halt einfach die Mehrheit. Und wenn du mal schaust in Australien oder Island oder Schweden, wo dann halt wirklich die Mehrheit eben nicht mehr in der Kirche ist und auch nicht religiös ist, da ist es gar kein Problem, dass ein Ministerpräsident oder Präsident oder Premierminister dann einfach keiner Religionsgemeinschaft drin ist. Und das haben wir eben in Deutschland, sind wir eben noch weit entfernt. Und selbst die agnostischen Bundeskanzler, die wir gehabt haben, die haben das auch nicht öffentlich gesagt, sondern haben hinter Berg gehalten, um keine Wählerstimmen zu verlieren. Das wird dann aber passieren, einfach aufgrund der Demografie. Und ich meine, du bist ja immer der große Fan von dem Countdown da. Wie heißt der? Ja, Nigel Barber. Danke, dass du nochmal gefragt hast. Bitte. Schön, dass du fragst. Gut. Also Lukas Wiegelmann in der Welt, glaube ich, das war auch so jemand, der meinte, also dessen Strategie ging mehr so, dass man die Religion nicht aus der Öffentlichkeit vertreiben solle. Ich glaube, unter aus der Öffentlichkeit vertreiben fasste er sogar, dass man Kreuze von der Wand abhängt in Schulen oder so, wenn jemand darum bittet. Also, was offensichtlich jetzt gar keine, also nur eine Herstellung von Gleichberechtigung war und noch nicht mal irgendwas Religionsfeindliches, wie man es als normaler Mensch betrachten würde. Da war jetzt meine Überlegung, dass, also der sagte quasi, oder der stellte das so dar, das Thema ist ja jetzt wohl auch überholt, dass der IS, also der würde sich im Wesentlichen, die Anschläge wären so viel in Frankreich, weil der IS den Laizismus in Frankreich nicht mögen würde. Gut, ich denke mal, der Anschlag da auf diese Kirche lässt das etwas fragwürdig erscheinen, ob der IS jetzt wirklich so, gut, das Problem ist natürlich, der Laizismus hat jetzt keine Symbole, die man so gut angreifen könnte. Ich denke, das Problem ist, dass man Religiöse nie zufriedenstellen kann. Wenn man jetzt sagt, naja gut, dann hängt halt eure Kreuze hier auf, naja gut, dann bimmelt halt mit euren Glocken. Das Problem ist, die wirklich Religiösen, die stellst du nie zufrieden. Die kommen immer mit was nach. Und wir haben das ja jetzt vor ein paar Jahren gesehen, als quasi Holterdiepolter diese Beschneidung legalisiert wurde, als sich herausstellte, dass die eigentlich die Strafbarkeit erfüllt. Und, also ich sag mal, das ist eine Sache, die schon nicht sein könnte. Dagegen sind ja Tanzverbote oder Glockengeläute oder so was ist ja schon, oder Religionsunterricht ist ja schon harmlos. Aber das Problem ist eben, dass die Religiösen eh nie genug kriegen werden. Die werden immer noch mehr fordern, wie jetzt mit diesem Gottesbezug in Schleswig-Holstein, der völlig, völlig zwecklos ist. Wenn die deutsche Wehrmacht und der Nationalsozialist mit Gott mit uns im Koppel unterwegs war, dann kannst du doch nicht mehr sagen, unter Verberufung auf den Nationalsozialismus, dass wir jetzt einen Gottesbezug in der Verfassung brauchen. Das ist doch völliger Schwachsinn. Und vor allem Schleswig-Holstein hat ja auch jetzt, 60 Jahre lang oder so, keinen Gottesbezug gehabt. Ist ja jetzt nicht so, dass da irgendwie, ich glaube, Christian, du machst gerne Witze über Schleswig-Holstein. Ich war auch fünf Jahre in Schleswig-Holstein. Aber nichts, was jetzt einen Gottesbezug rechtfertigen würde. Also ich glaube, dass man besser fährt. Das ist jetzt natürlich eine Vermutung. Ich weiß nicht, ob man das belegen könnte, dass man besser fährt, wenn man eine klare Kante zeigt und sagt, wir haben Religionsfreiheit. Ihr könnt euch Kreuze umhängen. Ihr könnt euch, sagen wir jetzt nicht Burka, aber ihr könnt euch da ein Nonnenhabit anziehen oder was weiß ich. Individuell könnt ihr das alles machen. Aber der Staat darf sich das nicht zu eigen machen. Und nur so finde ich es auch gerecht. Denn wo immer der Staat, wenn der Staat das Kreuz aufhängt, dann können sich halt Muslime, Juden und Atheisten und alle anderen aus Prinzip wieder und zu Recht zurückgesetzt fühlen. Wir hatten ja sogar schon mal, da ging es um so ein Kruzifix-Urteil. In Italien war das. Und da waren sogar die nicht-katholischen Konfessionen waren gegen das Kruzifix an der Wand. Warum? Weil das Kruzifix mit dem drangehängten Jesus nun gerade wieder die katholische Version vom Kruzifix ist. Während die Protestanten wohl lieber Kreuze aufhängen, wo kein Jesus dranhängt. Also du kannst es den Leuten eh nie recht machen. Und deswegen ist, als ob es nicht ohnehin schon klar genug wäre, strikte staatliche Neutralität das Einzige, was irgendwie praktikabel ist. Eigentlich sollten alle froh sein, wenn der Staat neutral ist. Aber so ist es nun mal nicht. Diejenigen, die schon ihre Finger überall drin haben, oder der kirchliche Oktopus quasi, die fordern, gut, für die Forderung kann man den Leuten ja im Prinzip auch noch keinen, naja, kann man schon, aber das Problem ist eigentlich nicht so sehr, dass die Kirchen fordern, sondern dass die Politiker dem immer nachgeben. Da müsste man eigentlich hoffen, dass sich da was tut. Und ja. Ja, aber die Politiker sind ja oftmals zum großen Teil auch Christen. Und das gehört zur Karriere dazu, dass man sich da irgendwo engagiert. Und die werden dann halt irgendwann kontaminiert. Die sind ja eh in allen Clubs und Vereinen drin. vielleicht noch nicht mal hundertprozentig überzeugt. Und da kommt das eben zustande, dass die halt einen Kompromiss machen. Dann fordern die zu viel und dann kriegen sie die Hälfte, dass es immer noch zu viel ist. Ah, das ist schon eine gute. Ja. Ja, mach du zu Ende, dann mache ich ein neues Wasser. Okay. Also, dass die Politiker dem nachgeben, das ist auch wieder ganz typisch. Ich habe in Deutschland sowieso den Eindruck, dass wir hier, also mal abgesehen, so sauberes Staatsrecht will hier überhaupt keiner anschauen. Sondern wir leben hier so in so einer Wohlfühlgesellschaft, wo es eigentlich nur darum geht, dass der Staat irgendwie funktioniert. Ob das jetzt alles sauber ist und Liberalismus gelebt wird, das ist nicht so wichtig. Also, so Übergriffe, da können auch die Leute sehr gut mit leben und sagen, okay, wenn man denen zum Beispiel sagt, ja, Kirche und Staat sind nicht getrennt. Wieso? Kirchensteuer kann man doch austreten. Nein, 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 nein. Der Staat kriegt so und so viele Milliarden. Jedes Jahr zahlt er an die Kirchen. Aber, und dann ist das plötzlich kein Problem mehr, wenn man den aussieht, ja, Steuerbefragung kein Problem oder hier Bischofsgelder, oh, interessant, wusste ich nicht. Ja, auch kein Problem. Ja, die machen ja aber auch was. Theologie-Lehrstühle, ja und? Mathematik hat ja auch Lehrstühle. Und das ist so eine saubere Argumentation. Interessiert Leute gar nicht. Denen geht es eigentlich darum, dass das alles funktioniert und sich alle irgendwie wohlfühlen und das irgendwie miefelig, heimlich und kuschelig ist. Dass dann vielleicht dann so 20, 30 Prozent dann nebendran sitzen und dann einen hochroten Kopf haben und sagen, wer spinnt ihr denn? Das ist den Leuten Wurst. Hauptsache, die machen keinen Ärger und alles schön. Schön und friedlich. Ich wollte etwas aufnehmen, was du gesagt hattest. Ach ja, du sagtest ja, also die, es gibt dann Politiker, die sind vielleicht gar nicht so religiös, aber die erfüllen dann trotzdem den Kirchen ihren Wunsch. Eine Argumentation, und ich glaube, das war die von Korschide, die ich gelesen hatte, war, dass er sagt, also diese Attentäter, also jetzt IS-Attentäter, die seien ja gar nicht so richtig religiös gewesen, die seien ja gar nicht so richtig viel in die Moscheen gegangen. Also irgendwie werden sie dann doch in den Moscheen radikalisiert, aber gleichzeitig gehen sie nicht so viel in die Moscheen. Das habe ich nicht so ganz verstanden oder die sind erst in die, ich glaube, er hat das so dargestellt, die sind erst in die Moschee gegangen, nachdem sie sich schon irgendwie radikalisiert hatten. Also die Moschee hat quasi gar nichts mit der Radikalisierung zu tun, so war es wohl gedacht. Also der erste Fehler, würde ich sagen, ist hier, dass die Attentäter immer nur so eine verschwindend geringe Teilmenge sind aller Muslime, dass man hier sehr vorsichtig sein muss mit Schlussfolgerungen wie der Kirchgang oder der Moscheegang oder der Nicht-Moscheegang war schuld. Aber was mich hier grundsätzlich stört an der Argumentation ist, und da komme ich jetzt zu diesen Politikern, dass man überhaupt kein Problem hat, normalerweise jemanden ganz klar als Christ zu bezeichnen, der eben auch nie in die Kirche geht und der auch keine Ahnung von der Bibel hat. Das heißt aber nicht, dass der sich nicht selber als Christ sehen kann, sagen wir mal als Politiker. Oder jetzt Trump, den die Evangelikalen, ja gut, die sind natürlich auch so dumm, für die ist das natürlich genau der Richtige, außer die haben natürlich Angst vor Hillary. Aber Trump ist zu blöd, seine Lieblingsbibelstelle richtig zu zitieren. Also der geht halt nicht häufig zur Kirche, aber das reicht dann aus. Also man würde dann sagen, ja Trump ist Christ. Genauso wenig kann man dann praktisch den IS-Attentätern absprechen, dass sie Muslime sind. Ich habe noch in Erinnerung, wo ich mal mit meinem längst verstorbenen Großvater, also ich war schon Atheistin, da habe ich das mal irgendwie erwähnt, und das war für ihn also unfassbar. Und meinen Großvater, mit dem hätte ich nie irgendwas Religiöses oder Kirchliches in Verbindung gebracht. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass wir irgendwann im Gottesdienst gewesen wären oder zu Weihnachten oder so. Meine Oma, ja, die wäre vielleicht noch, die ist noch manchmal hingegangen. Ich hätte den total als unreligiösen Menschen aufgefunden. Aber als er merkte, dass ich hier die Gottesvorstellung anzweifelte oder da irgendwie die Kirche kritisiert habe, da fing er dann an, sagen wir mal, wie so Christen dann halt argumentieren, die keine Ahnung haben. Also ich glaube nicht, dass er gesagt hat, Hitler war Atheist, aber so diese Sachen, die man sich dann irgendwie herbeifantasiert, weil man meint, ich habe recht, Gott ist gut und dann folgen daraus bestimmte Sachen, so nach dem Motto. Und gut, er hat sich jetzt nicht in die Luft gesprengt und er ist auch nicht gewalttätig geworden. Aber er hat sich eben doch plötzlich, als das sozusagen getriggert wurde, als überzeugter Christ selber gesehen. Und war jetzt auch bereit, das zu verteidigen. Also er hatte zwar keine Ahnung, aber das, was er nicht wusste, hat er mit Vehemenz verteidigt. Und deswegen glaube ich, dass, also ich glaube, das ist allgemein, die meisten Leute, die als religiös akzeptiert werden oder sagen wir, jetzt nicht religiös, in dem Sinne, dass sie praktizieren, aber die als Anhänger eines gewissen Glaubens akzeptiert werden, speziell bei den Christen. Ich meine, wir hatten ja jetzt neulich wieder die Statistik, bei den Katholiken, zehn Prozent ungefähr gehen Sonntags in den Gottesdienst, bei den Protestanten sind das irgendwie 3,3 Prozent, glaube ich, wenn das jetzt nicht irgendwie Weihnachten ist oder so. Und wir akzeptieren, dass das Gläubige sind und ich bin sicher, dass auch viele, und ich weiß das auch aus Diskussionen, je weniger die Leute von ihrem Glauben wissen, desto penetranter argumentieren die häufig. Also du hast oft wirklich, sag mal, kannst du richtig aufatmen, wenn du mit einem Theologen oder mit, hier in Speyer hatte ich mal so einen Kirchenrechtler, die kennen sich nämlich so gut aus, dass die zumindest nicht mehr komplett blöd argumentieren. Die differenzieren sozusagen oder die kennen, die wissen mehr, dass die nicht mehr total plump und naiv argumentieren. Wenn du nicht an Gott glaubst, warum bringst du dich nicht gleich um? Ja, ungefähr so. Und deswegen ist das für mich überhaupt nicht überzeugend, dass man sagt, also, ja, die sind dann vielleicht nicht zur Moschee gegangen und haben vielleicht auch nicht den Koran gelesen. Aber das hindert jemanden, der sich als Anhänger einer bestimmten Sache sieht oder einer bestimmten Religion nicht, dass der sich ehrlich als Anhänger dieser Religion sieht. Und das Problem, das ist auch wieder so ein Problem mit der Religion allgemein. Wir wissen ja, dass Gott immer deiner Meinung ist. Und wenn du jetzt Religion propagierst, es wird wahrscheinlich, nehme ich an, es wird immer mal hier und da einen geben, der ein bisschen bekloppt ist oder der meint, er muss sich in die Luft sprengen oder noch andere Leute mit in den Tod reißen. Wenn du dem jetzt quasi noch einen Gott lieferst, der seiner Meinung ist, dann weißt du, dass das irgendwo knallt. Also, das ist meine Vermutung. Ich weiß nicht, ob es, also, dass Gott hier quasi als Katalysator dient, das denke ich, das könnte, das wäre eine belastbare Sache. Die Frage wäre, gibt es halt Leute, die das Bedürfnis haben, sich umzubringen oder andere umzubringen und dabei selber auch ums Leben zu kommen? Ja, das sehen wir doch bei den anderen Anschlägen. Es gab ja jetzt auch Anschläge, zum Beispiel in Tokio hat so jemand in 71 Leute umgebracht und der war nicht religiös. Und das heißt, diese Amokläufe, wie sie mal genannt werden, zeigt, dass es halt auch menschlich ist und das, auch wenn das mal anders dargestellt ist, aber man muss menschlich sein, Anschläge zu machen und dabei unter so einem erweiterten Suizid zu begehen. Das scheint irgendwas zu sein, was typisch ist für Menschen, weil bei Tieren sieht man das eigentlich nicht so häufig. Dann kann man sich natürlich überlegen, was für einen evolutionären Nutzen es hat oder ist das vielleicht einfach nur ein Fehler, der dadurch kommt, dass das Gehirn größer wird, als man das dann noch ordentlich bedienen kann. Aber es kommt vor und es ist normal. Und jetzt könnte man natürlich fragen, okay, die Irren, die sich in die Luft bringen, wenn man die jetzt unterscheidet zwischen Irren und Islamisten oder ob Islamisten dann nur noch eine Teilmenge sind von den Irren, die das machen, ist dann schon irgendwie wieder so eine müßige Debatte. Überhaupt habe ich immer den Eindruck, dass hinterher sehr lange diskutiert wird, was die Motive waren von denen und wenn es dann ein Amokläufer war, dann lehnen sich alle zurück. Ja, dann ist ja nicht so schlimm. Und der Amokläufer von München, der offensichtlich kein Islamist war, durchaus erfolgreicher als die anderen dilettantistischen islamistischen Anschläge, die wir in Deutschland hatten. Die darf man auch nicht aus den Augen verlieren, weil die sind eigentlich stellenweise sogar noch gefährlicher, obwohl das natürlich nicht aus dem politischen Motiv heraus passiert, sondern einfach nur ein Bedürfnis von denen war, mit möglichst einem großen Knall von der Welt abzugehen. und ich will Ihnen jetzt auch nicht, ich will Ihnen noch nicht mal unterstellen, dass die einem Leben nach dem Tod glauben. Also das, so weit gehe ich gar nicht, sagen, okay, da müsste wenigstens irgendein Glaube da sein, sondern es scheint irgendeine, entweder eine kulturell bedingte oder genetisch bedingte Handlungsmuster zu sein, das bei einigen Menschen eben dann zu Tage bricht und dann passiert. Das natürlich, man im Islam das instrumentalisiert und dann für Anschläge, für Kriege nimmt, das heißt, wenn die, wenn die erst einen Angriff gemacht hat, dann schickt die erst mal ein, zwei, drei Selbstmordattentäter voran, die dann quasi eine Bresche sprengen oder die Sicherheitssperre dann aufspringen. Das ist natürlich ganz besonders grausam, aber dann kommt dann immer, wir haben ja im Moment diese Islampolizei, die dann sagt, ja, aber ein echter Muslim, haben ja schon so viele Leute erklärt, ein echter Muslim darf sich ja gar nicht selbst umbringen, also dürfen das gar keine echten Muslime sein. Ich meine, irgendwie haben wir sowieso in Deutschland lauter Hilfspolizei und jetzt machen sich die Leute ja auch schon zur Religionshilfspolizei, indem sie dann irgendwelchen anderen Muslimen sagen, du hast doch Ramadan, du darfst doch jetzt gar nichts essen oder du bist doch Muslim, warum trinkst du denn hier ein Bier und so weiter. Diese soziale Kontrolle geht dann so weiter, ja, wenn du Muslim bist, dann darfst du jetzt ja kein Bier trinken und so weiter. Lass doch die Leute machen, was sie wollen, anstatt dann noch die Religionspolizei zu spielen und dann hinterher zu sagen, ja, das ist jetzt kein richtiger Muslim, aber was war es denn dann? Ein Atheist oder was? Das ist immer, wenn es sich so traurig wäre, wäre es komisch. Tja. Können wir das Thema damit ja, wo wir gerade beide still sind, können wir die Gelegenheit beim Schopfen greifen. Jetzt würde Nico normalerweise was sagen, aber... Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir haben diesen Podcast wieder in mehrere Segmente aufgeteilt, schaltet deshalb auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt CAT 2.0 gottlose Gedanken zum Leben. Gottlose Gedanken zum Leben.